Hallo und Happy Day! So, Samstagmorgen, Mittag und es geht ab in den Sport Es wird für dich angesagt Mein Fiat und unser starker Bruder der Abarth Sieht fast gleich aus! Wir sind hier beim Caramello, Abarth Tuning Club macht Frühlingsfest und der Fitschli ist mit dabei Jawollo! Und Akira sieht voll super aus neben den anderen Perfekt! Schönes Bild! Zürich, Aargau, Turgau Guck jetzt da! Das sind aber schöne Abarths Das ist ein schöner Abarths So ein Etch Das würde passen So ein Der wäre schon geil Der ist jetzt noch klein Der hat gar keinen Platz Wie der Mr.Bee Der ist geil! Der ist schon genau gleich Aber der hat nur einen Platz Der kostet Das ist ein geiles Nummernschild Der ist anscheinend nur 70.000 Kosten? Nummer ja Schnäppchen oder? Nummer hat sogar so Plastikscheiben Ja Was? Das ist ein bisschen Reste Ja? Was? Das ist ein bisschen Scheiben Oder wie ist das denn? Ja Zum Rennen fahren Das ist voll das Wenn du am Zoll bist Wenn du so ausmachst Das ist voll beschissen Wenn du beim Drive-In bist Dann passt du kein Big Mac zu uns Ja Du musst halt nur einen Cheeseburger nehmen Die passen Das Fenster hast du nur für einen Cheeseburger gemacht Kein Big Mac Weisst du Caramello Was geht ab? Schön Schöne Autos hast du Sind das alles deine? Ja genau Alles meine Du musst uns die Dinger anschauen Du siehst du 4.600 Formen Ja den kleinen weiss ich Weisst du den Wert hat 250.000 Was? 52.000? Einmal in der Hoffnung Das ist ein bisschen Da kannst du geflogen fahren Wo? Mit dem Weg Mit dem Weg Mit dem Blauen Ah ja? Mach ich Wichtig Dann haben wir hier den Momo vom Abarth Club Und der hat eine super geile Geschichte hier Und zwar wie heisst die Felgenringe oder? Melis Felgenringe Jawohl Richtig erkannt Und da kann man drauf drücken was man möchte Und die kann man sich auch ins Auto schnallen Genau Also kurz zur Erklärung Ja Melis Felgenringe gibt es in verschiedenen Farben Rot Grün Orange Was man will Es gibt verschiedene Sachen Wichtig ist Früher hat man Werbung gemacht Auf Nummernschildträger hinten drauf Das ist alt Heute macht man was ganz was geiles Man nimmt Melis Felgenringe Man kann das individuell beschriften Lackieren Was man will Der Fantasie hat keine Grenzen gesetzt Man kann Klingling Steinchen drauf machen Also endlos Man kann alles machen Wie werden die befestigt? Ganz einfach Man drückt den Reifen ab Macht den Melis ins Felgenbett Zieht ihn drüber Pumpt den Reifen auf Und er ist dran Großer Vorteil ist Die Felge ist halt nicht geschützt Wenn du am Randstein fährst Ah Und da gibt es jetzt verschiedene Versionen Melis ohne Aufschrift Dann kann man es designen wie man will Oder wenn man ganz hoch ist Lackieren nach Rallfarb Also wie gesagt Da sieht keiner die Grenzen gesetzt Gut Wir haben ja ein Beispiel da Vom Caramello Caramello's Fleischhopper Der hat ja Seinen eigenen Felgenring schon Da darf man da rüber haben Das gelbe Auto Ja Das steht da drauf Aber es ist halt ein bisschen schwierig zu erkennen Wenn die 120 auf der Autobahn fahren Der Gag ist beim Stehen Wenn das steht Dann ist das ein Gag Weil der Gag ist ja wenn das Auto parkt Oder dass man die Werbung sieht Und es fällt auf Wenn wir jetzt die Auto Komm wir laufen mal da ein paar Meter zurück Dann siehst du den Unterschied Jetzt guck dir mal die drei Autos an Der hat einen grünen Felgen Oder Das ist sofort ein gelber Ring Fällt auf Bei dem ist der rote Ring Fällt sofort ins Auge Das ist so Da hast du absolut recht Ich werde es Den Menschen von Kiwi erzählen Die haben ja eine ganze Flotte mit Fiat 500 Da würde das sehr gut passen Wenn die Werbeträge auch noch auf der Freigewerbung machen können Genau Ist also optimal Habt ihr eine Homepage Kann man das online angucken Jawohl Arbeitclub Switzerland.ch Da kann man Kontakt mit uns aufnehmen Weil wir machen das für die ganze Schweiz Ich verlinke es unten unter dem Video Und dann könnt ihr euch dort beim Momo melden Und euch die Felgenringe organisieren Super Vielen Dank Und viel Spaß Jetzt muss ich es nochmal erklären Also wenn man jetzt Wenn man jetzt seiner Freundin das Auto ausleiht Kriegt man es Genau Kriegt man es ja meistens mit vermarkten Felgen wieder zurück Richtig genau Und wenn man jetzt die Melly Melly Melly's Felgenring hat Kann das nicht mehr passieren Weil wenn man jetzt hier in die Flucht guckt So Der Ring ist über der Felge So das heißt Erst verkratzt der Ring und dann die Felge Im Notfall nimmt man feines Schmirgelpapier Wenn es nicht zu stark ist und schmirgelt das wieder glatt Dann sieht man nichts Okay Und im schlimmsten Fall Stellt man nochmal so einen Ring für 40 Franken Und dann sind wir beide Leute Aber die Felge ist dann da Ist das Um einiges günstiger als die Felge Das ist so ja Ich glaube da werden einige meiner männlichen Fans aufatmen Und sich so einen Felgenring stellen Ja genau Das ist auch der Konkurren Philips stellen Haha Victor 500 Haha Haha Benny 500 Ja, ja Ja, ja Ich denke, du gehst ein bisschen an mir nachher Hä? Ich muss ein bisschen näher voran gehen Hä? Das ist ein bisschen näher Da war Benny Schau mal Schau mal Der Arm ist fast länger wie die Türe Das ist noch Lifestyle Mit Samyperien Ja Ich bin jetzt schon lange mit dem Über die Landstraße Weißt du Ja Ein bisschen Jungs Haha Haha Das war immer schon So ein kleiner Wunsch von mir Einen alten 500 zu fahren Tatsächlich Puh Das wäre echt gut Und wenn es dann noch ein Abwand wäre Wenn die nicht so scheiße teuer wären Ja Das wäre Das wäre grossartig Schau dir das mal an Schau mal an Weisst du Mit so einem Motor Da fixst du auch deinen Mechaniker richtig Ja das ist so Da hat er richtig zu tun Ja das ist genau so Das ist genau so Das ist eben noch die alte Zeit Da hast du noch Schrauben Keine Elektronik Und nichts Ganz schön Schraubenschlüssel in die Hand nehmen Und loslegen Ja ja Und die Felgen sind natürlich auch geil So gross wie mein Schuh Ja Ja Ich fahre gar keine Was Wieso Ja weil Sie sind schwarz Wegen der Farbe Nein Weisse Wüste Wegen der Farbe Nur wegen der Farbe Sie haben einfach so schöne Farbe Jetzt kommt gleich noch ein Babyblauer Der gefällt dir doch sicher Ja ja Hier hinten hat schon ein Babyblauer Das wird gekriegt mit den Felgenringen Die sie verkaufen Ja Da gehen die Felgen nicht mehr kaputt Da kannst du den Niki einfach das Auto ausleihen Ohne dass die Felgen kaputt gehen Dafür ist nachher mein Name nicht mehr aufgelöst Und dann kannst du wieder nachschreiben Das hat der Momo gesagt Das ist gut Dann brauche ich solche Ja und es kostet auch nicht so viel Es kostet nicht so viel wie neue Felgen Orange oder Violet Kannst du alles warten Ja Okay Heute ist ein Sonderangebot 120 für 4 Stück Und so geile Was kostet denn so geile Bremsklitz? Die musst du mit dem gelben Nagellack von Niki selber machen Aha Hast du einen geilen Nadellack? Nein Ich habe keinen Was hast du für einen? Okay Das sieht doch auch schön aus Guck dir So deine Bremszettel Im jeden Fall kann ich mich einfach rote Felgen Ja Heute wäre jemand Fiat mit richtig Leistung gefahren Fiat 500 Competition 5,59 Das muss man schon umziehen Ja Richtig Leistung hat er Hat er einen Schnuber? Ja Gern fahrt Du musst von deinem auch Ja Ich glaube nicht So Also Sind wir ready? Machen wir ein Radio aus Brauchen wir nicht Wir brauchen einen Motoren Sound Bis nachher Ciao Carmelo Ciao Klingt auf jeden Fall besser als mein Ja Ich bin jetzt noch gespannt Aber du darfst wenig schneller als 120 auf der Autobahn Ja Das ist Salut Du wirst ja Ich bin der David Ja Ich bin der Member Coach vom Abarth Club Switzerland Ja Wir hocken da jetzt in einem 595 Abarth mit 160 PS und jetzt fahren wir mal da Richtung Autobahn Mal gucken, was die Kiste so hergibt Genau Also sie zieht natürlich um einiges besser als meine Die Taste fehlt mir in meinem Auto natürlich Sport Die hätte ich so gerne in meinem Auto Obwohl es wahrscheinlich bei den Ja Ein paar PS nicht so arg will Ja Das kann man sonst noch einstellen Aktionskontrolle aus und so kosten Genau Das ist wahrscheinlich hier Jawohl Das ist Der Spassschalter Das ist der Spassschalter Also das ist die elektronische Differentialsperre Ist natürlich ein schönes Display hier Man sieht sogar sein Auto wie das aussieht Und kann alles möglich einstellen Das sind die G-Kräfte Ah ja Müssen wir mal gucken, was er in der Kurve zeigt Ah ja Guck mal 4G Das ist ja echt witzig mit den G-Kräften Aber macht das irgendeinen Sinn auf der normalen Straße? Nein Das ist eher Spass Ja Absolut Jetzt kommt die Kurve Das Lenkrad ist immer im Weg Ja Ob ich Ich sehe es Ja 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 Spassfaktor Sehr grosser Wenn wir bis jetzt Mal holen wir nur in die Stadt rum Ich finde halt dieses Gefühl geil Wenn du einfach mal Ich glaube das ist immer im falschen Gang Aber Mal runterschalten Jetzt haben wir ein paar G-Kräfte nach hinten Ja genau Das macht meiner eben nicht Ja Genau Der absolute Gaffel Ich habe gerade vorhin gesagt Und jetzt Jetzt hinter uns haben wir den ersten Gegner Ebenwürdig Schade sind wir nie auf der deutschen Autobahn Lamborghini hinter uns Und wir im schönen Fiat Aber Ach Und weg Und weg Finde ich jetzt auch persönlich Eines von den schönsten Retro Ja Relaunches Die es gibt Wenn man mal den Käfer anguckt Dann haben sie nicht so toll In mir gefunden Nein Der Mini ist auch Im Gegensatz zum originalen Mini Schon doch different Ja Die Fahrt war gut Das ist tatsächlich ein himmelweiter Unterschied zu meinem Fiat Das fährt sich echt genial Und natürlich Hier Auf Knopfdruck Schön Auch auf Lange es nicht regeln Können wir das immer machen Ja Der geht ganz nach hinten Ja 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 So lassen wir das auf den Ball Ja Zurück in der Akira Mir fehlen ungefähr 100 PS Das ist schon ein ganz anderes Gefühl Hier in der Akira zu sitzen In dem schönen Cabrio Mit 160 PS War ein spannendes Erlebnis Ja Danke erstmal für die tolle Fahrt Dem Abarth Club Switzerland Das war großartig Wieder zu Hause im wunderschönen Grünau Bei mir daheim Tolles Abarth Frühlingsfest war es War mega schön Ja 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 Ich sage jetzt schon mal Bye Bye Ciao Ciao Bis morgen Und die Höschen die du da oben hast Die so Einfach nur vorne und hinten hat es so zwei Riemen Genau das nennt man Jocks Wie? Das sind Jocks Die hat man eigentlich früher nicht beim Sport angekommen Und jetzt zieht sie ja Party an Oder dann lässt sich das Treffer stehne zuhause Ich frage mich halt über den Tragekomfort von denen Stören die Riemen da nicht? Nein eben Weil das haben wir eigentlich im Sport Und im Eishockey Weil sie schneiden ihnen jetzt ein Es ist sehr angenehm zum Tragen Und das heisst eigentlich das Ziel Das man vorne noch einen Schutz rein tut Oder? Für die Hockeinspieler wegen Pöck Ah ok Jetzt kannst du etwas anderes schön verpacken Ja Ich habe die nur gesehen und dachte Ja aber das ist doch irgendwie komisch Wenn da so ein Riemen dran hängt aber Nein das ist sexy Also ich habe mich natürlich So ein bisschen in der Fetischszene Die Gaysszene ist natürlich sehr angesagt Weil es natürlich auch ein bisschen spielerisch ist Und Männer sehle ich da nicht nur mit Frauen Sehle respektive Wie auch die Frauen Ein bisschen lässige und sexy Farbe sind